Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du hast aufgegeben Moin Leute, Freunde und Damen und Herren, ich komme zu einem neuen Video und heute schauen wir uns mal wieder jemanden an und coachen ein bisschen, diesmal endlich auf meiner Hauptrolle, nämlich Tank Wir sind gespannt, ihr seht seinen Namen nicht, aber es ist die liebe Sumpfeule, die wir heute begleiten werden Er hat mir auf Instagram geschrieben, übrigens wenn ihr auch machen mit wollt, ihr wisst wie ich es meine Schickt einfach zwei Games, eins wo ihr gewonnen habt und gut gespielt habt eurer Meinung nach und eins wo ihr verloren habt und ich wüsste woran es lag Ja, fangen wir eigentlich direkt an, der liebe Junge ist Gold2, wenn ich mich nicht irre und spielt Roadhog, aber dazu würde ich gleich was sagen, nicht jetzt Hat schon Goldwaffen für Roadhog, aber das Problem mit Roadhog ist einfach momentan eine Meta sehr, sehr schwierig Aber ich glaube, man kann ihn in einigen Ranks halt trotzdem locker spielen Ich muss gerade echt überlegen, ob ich die Brille anziehen werde Ich glaube, ich lasse es erstmal, ich lasse es erstmal So Ja, klar Erstmal, gut Auf Realtu wirklich, auf dem ersten Point ist Roadhog echt stark weil er runterhucken kann Das geht auch für einige andere Maps Aber jetzt bist du gerade in einer sehr blöden Situation, mal sehen So, das allererste jetzt Erstmal schön Ein Pick von der Ash Nicht schlecht Du versuchst aber die ganze Zeit runterzuhucken Klar Ist es dumm dann von dem Junker, dass er vor dich geht Aber versuch trotzdem ein bisschen mehr zu tanken Und nimm deine Leben schneller Also wenn du ruhig unter 300, also 300 Leben mindestens verloren hast Dann nimm es direkt, dann hast du schneller wieder Gerade konntest du eh nicht so viel machen Deswegen auch mal ein bisschen früher heilen Aber war jetzt nichts Schlimmes Sehr gut Das gefällt mir schon mal Du huckst einen Tank Und statt ihn zu schlagen, wie man es ja natürlich normalerweise macht Dass man schießt, schlägt Machst du direkt einen zweiten Schuss Das müsst ihr euch unbedingt merken Das ist nämlich um einiges besser Als wenn ihr, ja, schlägt Weil dann habt ihr halt diese paar Sekunden, die fehlen Indem ihr ihn einfach nochmal erschießen könntet Und das macht mir Schaden Also Nicht immer schlagen bei Tanks Oder eigentlich nie schlagen bei Tanks Wenn ihr juckt Okay Ganz leicht Das geht auch ganz schön weiter Da ist ein Lifeweaver ohne irgendwelche richtige Protection Klar, irgendwie protectet der Sigma ihn Aber warum schießt du dann auf den Sigma? Den wirst du nicht Jetzt Normalerweise solltest du den nicht tot kriegen Und den wirst du auch nicht tot kriegen Aber du hast eine Möglichkeit Den Lifeweaver zu töten Niemals den Tank fokussen Nur alle, die hinter ihm stehen Seitdem, es geht wirklich nicht anders Aber es geht hier eindeutig anders Und mir möchte mal irgendjemand sagen, dass Roadhog momentan nicht absolut kacke ist Also Den Schaden, den er jetzt macht Das ist krass Wie wenig das ist Aber Ja Ähm Ja, da kratze ich mich nicht umsonst Also Los Nein Wir sind natürlich immer bei Coaching extrem gemein Das wisst ihr Und in dem Fall Da rest the mercy Eindeutig Und du schießt auf Leute, die hinter einer Mauer stehen Okay Ähm Für einige klingt es jetzt komisch Aber wenn du von der Sigma ult hochgehoben wirst Ist es ganz, ganz leicht Die Ja Dem wenigsten Damage zu kriegen Du kriegst nämlich weniger Damage Wenn du dich gerade heizt Du musst es ungefähr richtig anpassen Ähm Aber du solltest auf jeden Fall dich heilen In dem Moment, wo Du nach unten gezogen wirst Diese Damage Reduction brauchst du Dann kriegst du nicht so viel Schaden Wie du jetzt gekriegt hast Klar Du lädst deine Ult auf Aber Du kannst dabei auch sterben Sehr gut Du siehst die Junkrat Falle Witzchen reinhucken Hat nicht so geklappt Wie du es dir wahrscheinlich vorgestellt hast Aber sehr, sehr gute Idee Sehr, sehr gute Idee Muss ich sogar ehrlich sagen Wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen In dem Moment Ich habe es nicht beobachtet Okay Es ist wieder so eine typische Situation Die ich auch Diamond Spielern sagen werde Die ich auch Platin Spielern sagen werde Die ich Bronze vielleicht aber auch Noch Masters Spieler sagen muss Äh Der Teamfight ist eindeutig verloren Ihr habt Keine Leute sind wirklich hinter dir gewesen Auf jeden Fall Waren auf jeden Fall Tod Und Ja Alle sind durch die Genji Wird glaube ich gestorben Ähm Geh raus Geh doch einfach raus Es ist nicht schwierig Einfach nur weggehen Du hast jetzt nur dafür gesorgt Dass die wieder 600 Gratisschaden bekommen Ausnahmesituation Sowas passiert Ausnahmesituation Sowas passiert Dann natürlich den Tank Fokus Um die T-Mates zu beschützen Das ist jetzt halt Diese eine Ausnahmesituation Und ich habe gehofft Dass sie kommt Und sie kam Wunderschön Wunderschön In dem Moment Das gilt auch Bei D.Va Bei eigentlich fast jedem Tank Der gerade irgendwie jemand von euch Komplett am Rasieren ist Aber sehr gut gesehen In solchen Momenten Frage ich mich dann Bist du dann wirklich Gold? Klar So was lernt man bestimmt Bei irgendwelchen YouTubern Oder Spielern Aber ich finde Das sieht man nicht Bei allen Goldspielen Ich kenne viele Selbst Platin Oder Diamond Spieler Die sowas noch nicht machen Ja Also damit hat der Genji Natürlich jetzt mit gerechnet Aber ich würde es auch An sich nicht unbedingt wagen Einen genanoboosteten Genji Zu hooken Ähm Nicht weil es dir danach Nicht gut geht Sondern weil es Dein ganzen Mate Danach nicht gut gehen wird Wenn er nämlich Einmal eine Kombi hat Dann Sind die alle tot Und er hatte kein Dash mehr Das hast du ja eindeutig gesehen Deswegen Nächstes Mal Nicht unbedingt Sowas riskieren Das ist halt auch nur So eine kleine Sache Die muss man sich einfach Nur merken Wenn du siehst Eine Mae wirft Eine Old Ganz am Anfang heilen Oder gar nicht heilen Weil Das wird abgebrochen Das bringt nichts Aber das ist so eine kleine Sache Die lernt man im Game Irgendwann mal Bestimmt Habe ich selber auch Noch nicht richtig Aber beim Zusehen Kann man sowas immer sagen So jetzt kommen wir Natürlich zum heftigsten Tankcounter von dir Mal sehen wie du das Jetzt ausspielst Also das kann ich mir Schwer vorstellen Mal sehen Mal sehen Sehr gespannt bin ich Also Gegner den die Orisa haben kann Mal sehen ob wir es sehen werden Also ob wir es mitbekommen Natürlich hätte sie jetzt noch eine Anna Statt der Kiriko Wärst du komplett Also da muss man wechseln Es wird nichts mehr zum Meckern passieren Bin ich mir sehr sicher Ja Game ist vorbei Äh Ja Ja Gutes Game Hast du nicht schlecht gemacht Verteidigt Ganz okay Aber wenn du natürlich ein Gegnerteam hast Was dann auch ein bisschen Kompetenz Ein bisschen mehr Kompetenz aufzeigt Anstatt von Orisa runter zu gehen Und vielleicht auch ein bisschen Highlight zu nehmen Das kommt dann halt erst in den höheren Elos In Gold ist es natürlich noch ein bisschen leichter Auf einem Charakter zu bleiben Wie Roadhog Aber gehen wir in das zweite Game Ich bin gespannt Weil da hast du ja anscheinend verloren Es ist Also das ist Die Map die wir immer haben Beim Coaching Ich weiß nicht warum Was ist das für ein unglaubliches Timing Äh Aber dann ruhig schlagen Also Aber ich glaube das weißt du selber Also das hört mich dir da nicht Also ich muss auch gar nicht weiterschauen Äh Also doch Muss ich natürlich Aber was mir direkt auffällt Und was ich Sehr sehr schlimm finde Ihr geht rein Lasst euch töten Dann kommt der nächste Geht rein Lässt sich töten Dann kommt der nächste Geht rein Lässt sich töten Also die haben Ein Free Point Dank euch Ein Komplett Ich kann mir vorstellen Die Map geht nur 5 Minuten Oder so Äh Nicht böse gemeint Aber warum ultest du Der Teamfight ist verloren Du brauchst jetzt nicht ulten Definitiv nicht Du siehst ja wo dein Team ist Ne Okay Ne Das geht mir auch wieder zu weit Habe ich keinen Bock Das ist halt das goldigste Goldplay Was ich in meiner In meiner Lebenslaufbahn Je gesehen habe Äh Was erwartest du da jetzt Du hast keinen Support Die Heiler werden dich nicht Rechtzeitig heilen können Du kannst dich einmal heilen Und wenn die das jetzt schlau machen Töten sie dich Ja Die fokussen dich Klar Wenn er dich chargt Ist es eh vorbei Aber Musst du nicht reingehen Du hättest einfach Richtig zurückgehen können Zum Team Aber so ist das halt dann verloren So ich habe das gerade schon gesehen Er schreibt nämlich jetzt Und Ganz kurz gesagt Wenn man schreibt Gibt es Erstmal zwei Sachen Die man überhaupt schreiben darf Als allererstes Please switch Oder Halt irgendwas Äh Wechsel bitte zu dem Charakter Damit ich Besser spielen kann Und das zweite Was man schreiben sollte Ist natürlich Dann Ja Äh Bitte Fokus den und den Oder mach das und das Irgendwelche Anforderungen Und das ist bitte alles auch nett Drittens Oder Ja gesagt Zweitens Wann Darf man überhaupt schreiben Nämlich Als erstes Wenn du eine Tastatur am besten hast Zweitens Wenn du Im Ingame Chat bist Dann darfst du mit denen gerne reden Und drittens Niemals Normal schreiben Wenn du besonders auch gerade respawned bist Wenn es so schnell geht Dass du das während deiner Respawnzeit machen kannst Dann mach es Aber nicht Wenn du schon wieder gespawnt bist Das ist einfach auch nur unnötig Und verdöte Zeit Und wenn es natürlich Beleidigungen sind Du ziehst dein Team mit runter Du ziehst dich selber auch durch deine eigenen Beleidigungen mit runter Und ihr spielt unkonzentriert Dann werdet das Spiel erst recht verlieren Wir haben immer mal Kackteammates Das ist so Aber Damit müsst ihr rechnen Und daraus müsst ihr auch besser werden Wenn euer Teammate Richtig so Für nur 50% seiner Leistung gibt Und einfach Kacke ist Müsst ihr halt 150% geben Um seine Leistung irgendwie auszugleichen Sonst seid ihr einfach noch gerade nicht gut genug Um halt aufzusteigen Und sagt nicht Ihr habt diese Teammates immer Tatsächlich ist das Overwatch Ranked System Relativ was das angeht Auch gebalanced Glaube ich Also schon relativ Ja Außer mit so einem absoluten High Grandmaster Da kommen da manchmal irgendwelche Leute wie ich Die den richtigen Grandmaster Und das Game versauen Jedenfalls war es auf DPS Auf dem Randert kann man echt immer sehr sehr gut Mit dieser Ult natürlich gehen Unlucky Aber du hattest dein Heal Das muss man kurz sagen Du hattest dein Heal Ja Gut Das war es denke ich mal Ich glaube egal was du jetzt machst Selbst wenn es komplett falsch ist Du kannst ja jetzt nichts mehr machen Äh ja Müssen wir nicht mehr drüber reden Aber wir werden jetzt nochmal Ein kleines Abschluss Ja Eine kleine Zusammenfassung machen Alle Sachen bewerten Als allererstes gehe ich lieber jetzt mal Auf die Fähigkeiten ein Ulti Use Zu tatsächlich echt gut Da weißt du schon wie du sie nutzen sollst Wann du sie nutzen sollst Manchmal noch den falschen Fokus Aber du weißt welche Charakter du auf jeden Fall tönen kannst Was du machen kannst Der Hook Mir gefallen deine Ideen sehr Ja Aber manchmal nutzt du ihn nicht Wenn du ihn nutzen kannst Und manchmal nutzt du ihn Wenn du ihn nicht nutzen solltest Äh Das ist aber meist Wenn du die Tanks hockst Die gerade eigentlich jede Fähigkeit haben Um den Hook irgendwie danach zu blocken Oder halt Ihre Leben wieder zu bekommen Einfach noch der Fokus fehlt da Dann kommen wir zur Heal-Ability Irgendwie use du die halt Ja Also Man kann die ja nicht wirklich falsch usen Aber du use die manchmal Wenn sie entweder bald abgebrochen wird Durch ein Sleep Das hatte ich glaube ich auch Aber das habe ich rausgeschnitten Weil ich da ein bisschen komisch Engaging Disengaging Muss ich nicht viel zu sagen Hast du selber glaube ich genug gehört War grottig Also das war wirklich das Schlechteste Von den ganzen Sachen Du gehst öfters gut rein Aber wenn du rausgehen sollst Da hast du anscheinend gar keine Ahnung Ist okay Ja Als letztes Gamesense Sachen Ist halt auch besonders Counterplay Und das hast du halt auch gar nicht Aber Das ist ja okay Wenn man einen Tank die ganze Zeit nur spielt Aber wenn der Tank gerade zufälligerweise Schlechter ist als Doomfist Dann ist es hart Ich würde sagen Lern noch mindestens zwei andere Tanks Also Oder vielleicht kannst du auch zwei andere Tanks Und hast jetzt nur die beiden zufällig gespielt In dem Video Aber Hier in dem Game Hättest du swappen müssen Bei dem hier Wäre halt Eine Orisa Perfekt Eine Diva Perfekt Also ihr hättet so viel machen können Aber Auf Roadtalk Hast du da leider echt Nichts zu suchen Ja und wenn dir das Video gefallen hat Ihr wisst was ihr machen müsst Um auch in so einem Video dabei zu sein Ähm Wir sehen uns im nächsten Video wieder Nächsten Mittwoch Haben wir mal Einen Abonnenten Der schon ein bisschen länger dabei ist Oder öfters jedenfalls in die Kommentare schreibt Ich bin gespannt Ich gucke mir das jetzt auf jeden Fall direkt an Ihr Macht euch einen Tag Ach dir Aber nicht Ciao mit auf Fertig Ich bin gespannt Bis zum nächsten Mal.